Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder BILDNER TV. Pünktlich zum World Backup Day erstellen wir uns heute ein Backup und zwar von eurer Windows-Version. Für den Fall, wenn Windows einfach mal nicht mehr will. Wie das geht, und das geht sehr einfach, das zeige ich euch in diesem Video und zwar Schritt für Schritt. Wir legen jetzt los. Hallo, ich bin der Thomas und ihr seid genau richtig, hier ist BILDNER TV und heute wollen wir uns etwas erstellen, was für den Notfall wirklich wichtig ist, und zwar ein Backup. Das heißt, wir sichern uns nicht nur irgendwelche Fotos oder Dateien, sondern wir erstellen wirklich ein komplettes Backup von eurem Windows, also im Grunde von eurem Rechner, dass ihr im Notfall euren Laptop, euren Rechner wiederherstellen könnt, damit ihr wieder richtig gut damit arbeiten könnt. Klingt vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert, das hört sich sagen, das müsste man unglaublich viel wissen, geht aber doch relativ einfach, wenn man weiß, wo man hinklicken muss. Und genau diesen Weg möchte ich euch jetzt an dieser Stelle zeigen. Bevor wir aber da hier in Windows 11 rumklicken, noch ein ganz wichtiger Tipp, und zwar klickt vorher noch auf Abonnieren, und zwar BILDNER TV abonnieren, dann versäumt ihr keines unserer Videos, das Abo ist für euch völlig kostenlos, aber ihr könnt uns damit richtig gut unterstützen. Also BILDNER TV abonnieren und am besten auch noch die Glocke, die es ja auch dazu gibt, aktivieren, dann gibt es auch die Benachrichtigung, welche coolen neue Videos da wir wieder online gestellt haben. Und gleich noch ein Tipp von mir, und zwar schaut mal bei uns auf der Homepage vorbei, und zwar auf bildnerverlag.de, da findet ihr unter anderem unser Buch Windows 11, das Reparaturhandbuch, also das ist wirklich das Buch für alle Notfälle, da gibt es zu jeder Frage die genau richtige Antwort, klickt mal rein, und das Buch könnt ihr mit etwas Glück sogar gewinnen, schreibt am besten jetzt gleich unter dieses Video einen Kommentar, und ihr seid bei unserer wöchentlichen Auslosung dabei, da habt ihr jede Woche die Chance, ein Buch aus dem BILDNER Verlagsprogramm zu gewinnen. Also bildnerverlag.de, klickt euch mal durch unser Angebot. Wir starten jetzt gleich, nur ganz wichtig für euch noch vorab, was wir brauchen dazu, um das Backup zu erstellen, ist eine externe Festplatte, würde ich euch dringend empfehlen, und diese externe Festplatte sollte Minimum so viel Speicherplatz frei haben, oder freigeräumt haben, wie ihr auf dem Laufwerk C bei euch auf dem Rechner benötigt. Das zeige ich euch gleich im Explorer. Warum? Weil eben nicht nur verschiedenste Daten nur kopiert werden, sondern es wird ein Backup erstellt, das heißt, dass alles mit dabei, also auch eure aktuelle Version von Windows, wird hier gesichert auf der Festplatte, damit eben im Notfall alles komplett wiederhergestellt werden kann. Also nicht verwechseln mit einfach nur Fotos irgendwo abspeichern, sondern da wird wirklich im Grunde euer Rechner gespiegelt, kopiert auf der Festplatte, damit ihr da wieder zugreifen könnt. Also, die Festplatte, die schließen wir als erstes mal an, und dann gehen wir im ersten Schritt mal auf den Windows Explorer, dann schauen wir uns das mal kurz an. Also, Windows Explorer öffnen, und da ist jetzt mittlerweile auch die externe Festplatte zu sehen. Hier habe ich den Überblick, das sind 465 Gigabyte frei. Hier sind es nicht einmal 100 Gigabyte auf dem Rechner, die belegt sind. Also, das geht sich locker aus bei uns. Wunderbar, dann können wir auch schon loslegen. Schließe mal wieder den Explorer und gehe als erstes in die Suchfunktion und gebe den Begriff Systemsteuerung ein. Da müssen wir nämlich hin, also die Systemsteuerung. Und in der Systemsteuerung gehen wir auf System und Sicherheit. Und hier wiederum brauchen wir den Bereich Sichern und Wiederherstellen. Und wenn wir hier sind, dann bitte klicken auf Systemabbild erstellen. Also, da steckt eh schon alles drin in diesem Wort. Das komplette System, das am Rechner läuft, wird hier auf der Festplatte abgebildet, wird also kopiert, wird gesichert. Systemabbild erstellen. Jetzt muss ich in meinem Fall, weil wir hier im Betriebsnetzwerk sind, noch ein Passwort eingeben, die Adminrechte. Das ist bei euch im privaten Bereich vermutlich nicht der Fall. Jetzt wird kurz durchsucht, welche Speichermöglichkeiten denn zur Verfügung stehen. Also, wo könnte das Systemabbild erstellt werden? Und hier bei mir schon gefunden, auf der Festplatte wird mir nochmal angezeigt, wie sie heißt und wie viel Speicherplatz verfügbar ist. Ich hätte hier auch die Möglichkeit, auf DVDs zu sichern. Das machen wir heute eher nicht mehr. Oder ihr könntet sogar innerhalb eines Netzwerks, das ist so die Profilösung, eher so im betrieblichen Umfeld zu finden. Also, irgendwo auf einem Server kann man auch ein Backup erstellen. Aber für den Privatgebrauch empfehle ich euch die Festplatte. Die haben wir jetzt ausgewählt. Ich gehe auf Weiter. Dann wird hier nochmal bestätigt, wo das Ganze abgespeichert wird, welche Bereiche des Laptops hier hinterlegt werden. Und jetzt beginne ich auch schon mit der Sicherung, also die Sicherung starten. Ihr seht, es sind im Grunde weniger Schritte, aber man muss wissen, wo sie sich denn befinden zum Starten. Und jetzt beginnt eben, dass das Systemabbild, wie es so schön heißt, erstellt wird. Nicht wundern, das wird eine gewisse Weile dauern. Das sind doch große Datenmengen, die hier gesichert werden bei euch auf der Festplatte. Wir haben die Zeit abgewartet, haben jetzt dieses Systemabbild erstellt, also den Backup für Windows. Und wir sehen es ja auch am Computer. Heißt es dann am Schluss, die Sicherung wurde erfolgreich abgeschlossen. Ich schließe das Ganze. Und jetzt haben wir auf unserer Festplatte eben soweit ein Backup erstellt. Das heißt, wenn Windows irgendwelche Probleme hat, nicht mehr korrekt ausgeführt werden kann, dann kann ich mithilfe dieses Backups eben genau dann eingreifen und trotzdem Windows 11 wieder zum Laufen zu bringen. Und wie ihr dann eben dieses Backup einsetzt, also wie das dann funktioniert, wenn eben Windows zwar sich noch starten lässt, aber einfach nicht mehr korrekt ausgeführt ist, also wenn ihr dieses Backup tatsächlich benötigt, wie das funktioniert, das zeige ich euch im nächsten Video. Und jetzt sichert euch eure Festplatte und legt gleich mit einem Backup los. Und wir sehen uns bald wieder hier bei uns bei BildnerTV. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und Kommentar schreiben. Dann gibt es bald ein Video sehen. Wieder mit vielen, vielen Videos und Themen rund um praktische Tipps aus der digitalen Welt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.